Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge Skyforge zusammen mit Vivi. Und wir können jetzt was freischalten, wie man sieht. Und mein Computer redet gerade mit mir. Entschuldigung. Wir haben jetzt das Emblem des Schmerzes. Ja, wir können Schmerzen verteilen. 891% Schaden. Ich drück mal auf freischalten, du auch? Ja, ich hab schon gedrückt. Sehr gut. Es ist ein neues Symbol, verfügbar. Aktiviere das Symbol. Kann ich nicht mehr lesen, war weg. Fähigkeit zum, du musst die Fähigkeit Tab durchdrücken, von I öffnen und dann Symbole wählen. Okay, wollen wir mal I drücken oder Quest annehmen erstmal? Ich hab I jetzt mal gedrückt. I gedrückt? Okay, dann drück ich auch I. Aha, so, was kann ich da jetzt? Symbole, okay. Symbole. Eine Symbole ist eine Fähigkeit, die deine Kräfte verbessert und funktioniert, sobald es aktiviert ist. Aha, zu jeder Zeit. Okay. Du kannst verschiedene Kombinationen an Symbolen, Tipp ist weg. Scheiße. Bei mir war gar kein Tipp. Was? Bei mir war ein Tipp, der ist aber schon wieder weg. Bei mir war gar kein Tipp. Okay, ah. Riesel der Götter. Gerd, was ist das nächste? Nee, das ist bei mir ein Serienangriff. Der Paladin springt hoch in die Luft und fügt allen Feinden am Ort der Landung 97 Schaden zu. Auf heiligem Boden oder für 180 Punkte des gerechten Zorns. Der Wirkungsbereich vergrößert sich und der Schaden erhöht sich auf 388. Der Schaden erhöht sich um 50% pro Ziel bei zwei Zielen und erreicht bis zu 200% Schadensbonus, wenn du sechs Ziele triffst. Vierter Angriff der Abfolge. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Guck mal hier, bei Fähigkeiten des Gefährten, da hast du Beute aufheben, nie wieder nach Beute bücken oder unnötig Wege zurücklegen, um vergessene Beute zu holen. Dein Robotergefährte übernimmt diese Aufgabe automatisch am Ende des Kampfes. Uh, das ist ja cool. Musst du allerdings kaufen für 20.000 Siegermedaillen. Wie viele Siegermedaillen haben wir denn? Scheiße. Ich will ehrlich gesagt alles, was ich habe. Ich habe null. Ich habe gar nichts. Ja, ich sehe gar nichts. Also, ich habe wahrscheinlich auch nichts. Ja. Aber ganz ehrlich, die Credits möchte ich mir gerne aufheben, um mir dann meine, also neue Charaktere freizuschalten. Ich mir auch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Schön und gut. Ich laufe lieber, als dass ich jetzt, sorry kleiner Computer, dich hochlevel. Es tut mir leid, ich möchte nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. Wir wollten ja zu Bastia. Genau. Mist, äh, Hauptstadt, fuck. Quest, Alléon. Provinzen. Ja, Provinzen. Bin unterwegs. Okay, jetzt. Quest annehmen. Quest annehmen. Okay, ich drück. Questliste? Äh, auch drücken. Oh, okay. Ähm. Ähm. Was machen wir? Säuberungsaktion, Kadaver. Beseitige die Kadaver, 0 von 5. Beseitige den blutdurstigen Schad auf der Insel, danket. Okay. Wollten wir nicht nach Cyrus auch? Hatten wir da nicht auch eine Crest? Crest. Ja. Ähm. Oder wir reisen nach Cyrus, das Mies ist gleich. Komm, reisen wir mal nach Cyrus. Boah. Mal was Neues. Cyrus, so. Wo ist es denn? Da ist es doch. Provinzen. Abenteuer. Cyrus. Teamsuche gibt's da sogar bei Cyrus. Moment, Provinzen. Sims. Cyrus. Teamsuche. Drücken. Teamsuche. Drücken. Das ist kein Teamabenteuer. Anderer Spieler hat die Quest angenommen. Nein! Nein! Da steht eine 7. Ich seh's genau. Na gut, dann gehen wir woanders hin. Ich kann da nicht rein. Ich auch nicht. Okay, dann suchen wir uns was anderes. Ähm. Ich drück wieder auf Bastion. Questliste. Ähm. Questliste. Ne, wir müssen glaube ich da hin. Oder wir gehen, versuchen mal zu den Kadavern zu kommen. Säuberungsaktion Kadaver. Ups. Wo ist das? Äh, bei Bastion. Ja. Und dann auf Questliste. Und dann unter Höhle des Antirius. Und alles unten drunter steht Säuberungsaktion. Höhle des Antirius. Ich hab uralter Pharax. Rote Küste. Verbündete Entfeinde. Alles klar. Hä? Wo bist du denn gerade? Hast du, bist du auf Provinzen? Bei Bastionen. Bei Quest. Bei der Bastionen. Bastion? Questliste? Ja. Bastionen. Hab ich jetzt auch drin. Und ich hab da vier Quests stehen. Ich auch. Uralter Pharax. Rote Küste. Verbündete Entfeinde. Und Phytonoiden. Rote Küste? Hab ich gar nicht. Komisch. Aber bei mir steht bei Verbündete Entfeinde. Schließe das Abenteuer Xyrus ab. Dann müssen wir das wohl doch machen. Und da steht Abenteuer sogar. Drücken wir mal Abenteuer. Dann machen wir das halt wieder so, dass wir halt dann immer warten und dann gleichzeitig auf Space drücken und so. Ja. Okay, dann drück ich mal auf Abenteuer und dann einfach betreten, oder? Ja. Oder wollen wir nochmal Teamsuche versuchen? Teamsuche geht nicht. Wow. Nein. Na gut, dann wollen wir betreten. Abenteuer betreten. Jawohl. Ja. Das ist... Hä? Ja, ich weiß, aber ich würd gern... Achso, wir müssen erstmal aus dem Team raus. Ah, okay. Moment. Äh, wie ging das nochmal? Immer diese Schwierigkeiten, gell? Ja. So, einmal da hin. Team, 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 Team. Dann können wir ja auch so auf Cyrus gehen, eigentlich. Weißt du, das geht? Ja. Wenn wir uns jetzt entteamen, dürfte es, glaube ich, gehen. Wie tun wir uns nochmal entteamen? Ich hab alles vergessen. Scheiße. Äh, Team. Als Freund entfernen. Aus dem Team ausschließen. Du magst mich nicht mehr. So, ich glaub, ich hab dich rausgeschmissen. Hab ich dich raus... Ja, Team existiert nicht mehr. So, jetzt können wir, oder? Ja. So, jetzt einmal auf Provinzen. 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 Bastion. Oder wo wir schließen? Oder gehst du direkt? Ich geh direkt auf Cyrus. Okay, Cyrus. Mitmachen. Yay, mitmachen. Yo. Ein anderer wäre das nicht gegangen. Merkwürdig. Wenn du einen Fehler im Spiel entdeckst, dann melde ihn bitte uns. Oh. Ich bin noch nicht da. Moment. Bei mir liegen hier ganz viele tote Menschen. Um in einer Bastion freigeschaltete Fähigkeiten zu aktivieren, musst du ihn das Fähigkeiten-Tab durch Brücke von I. Oder L. I. Ich glaub I. Das war das, wo wir grad waren mit den Symbolen. Ja. Mission successfully completed. Ah. Als Symbol von der Friedenigkeit. Oh. Sie war immer so sweet. Du, du, Nora, auch. Redest du grad mit zwei Bewohnern? Nein. Ich hab grad mein Symbol ausgerüstet. Also ich steh grad vor zwei, äh, Einwohnern und warte auf dich. Okay. Ich komme. Alles gut. Arme Nora. Genau. Ich hab auf Space gedrückt. Ich drück auch. Nein, ich bin nicht deswegen hier. Oh. 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 Okay. Doch, wir kümmern uns drum. Wer ist Lartes? Oh Gott. Wo ist er jetzt? Space. Okay. Oh je. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht mehr ohne. Wo ist diese Truppe jetzt? Was hat der denn für ne epische Stimme, bitte? Er könnte in der Oper mitsingen. Dann könnte er auch früher. Kann ich auch. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Einheit der Templer, begeb dich zur Templer-Einheit. Oh mein Gott. Ich hab so viel Tage des Ruhms, Symbole, Schlacht um das Plateau, Wege des Lichtshüters, Neue Zeuge. Was hast du da alles? Ich habe Cyrus oben, Tag des Ruhms, Schlacht um das Plateau, Neue Zeuge und Verbündete Entfeinde. Was verbündete Entfeinde, Tatsächlich ist englisch und deutsch lustig. Denglich. Denglich, ja. So, ich laufe jetzt. Oh Gott, da sind überall so Motten. Ja, ich bin auch gerade am Kämpfen. Wo bist du genau hingelaufen? Ich bin geradeaus und dann bin ich links. Okay, weil rechts gleich wären auch noch Viecher gewesen. Ja. Müssen wir noch kurz dann mal zurück. So. Ich habe hier jetzt getötet. So, ich laufe nochmal zurück. Und dann in diese kleine Gasse mit dem Schild. Ja. Mit dem Pappschild wieder so. Im Hinterhof ist noch was. Oh. Im Hinterhof. Oh, oh, da sind auch wieder so Mechanoiden. Oh, ich habe wieder meinen Schwengel. So. Ich laufe wieder zurück. Wow, ich habe auch einen Schwengel. Ich finde die Schwengel momentan voll rum. Das ist echt cool. Was? Die Schwengeln rum? Ja. Ah, schön. Und dann sind hier viele Schwengel. Ja, ja. Oh, ein Blutsauger. Wie, siehst du das? Ist die an den Menschen rumknabbern. Boah, ja. Okay, wo bist du jetzt hingelaufen? Ich bin durch das Tor gelaufen. Und wieder am Kämpfen, nehme ich an? Genau. Boah, geil. Die sind bei mir aber schon tot, weil ich sie getötet habe. Wow, echt? Ja. Oh, das ist ein Templer. Das ist ein Templer. Okay, ich helfe den Templern. Ich auch. Mit meinem Schwengel. Okay. Was ist das? Nehmen. Okay, wie geht es dem Templer? Oh je. Der Templer wühlt im Dreck, alles klar. Ähm. Okay. Ich finde, hier schweben so ganz komische Symbole bei mir rum, wenn ich den Schwengel gerade benutzt habe, bei dir auch. Äh, du meinst diese Kugeln, die goldene, oder was? Nein. Die Dreiecke. Ach, das, ja, das habe ich auch aufgesammelt. Ah, ja, ich auch. Gut. Äh, da ist ein Templer, mit dem könnten wir reden. Ich sammle erstmal die Kiste ein und jetzt würde ich auf Space drücken. Ich auch. Okay. Okay. Kann ich mit Dale sprechen? Das ist ein Labe. Ups. Was ist deine Mission? We must take care of the Pesticides. The Xenobiological Threat Neutralization Agency is concerned about the Mutation of the Mantidis. Okay. Was ist mit den Zivilisten? Die sind wichtig. Achso, toll. War Dale etwa nicht damit einverstanden? Mimimi. Mimimi. Hoch. Alles klar. Ich werde tun, was ich kann. Werde. Werde. Oh man, jetzt müssen wir Dale finden. Schon wieder eine Suche nach einem Menschen. Ja man, ey. Immer wir. Ja. Und dann auch noch so eine Art Deserteur. Ist das eine Riesen-Motte, was wir getötet haben? Das sieht aus wie eine Motte. Oh, voll süß eigentlich. Ja. Okay, ich gehe durch das Blaue. Voll nett. Ich höre ich auch. Müssen wir gerade noch die Motte angucken. Oh Gott, das ist eine Menschen-Motte. Ach, Mutation. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Ihhh, guck dir das mal an. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Das Vieh hat den Menschen voll unter Kontrolle. Wie der schwebt. Ich finde es gerade irgendwie lustig. Okay. Ladies and gentlemen, das ist Vivi, wie sie lebt und lebt. Pokéball. 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 Okay, da sind noch mehr von diesen Fliegeviechern. Ich habe es mal eh gedrückt gehabt. Jo. Geht schneller. Das hat nicht so viel Schaden gemacht, irgendwie. Nicht? Nee. Ganz komisch. Okay, Dayne hat gerade mit mir gesprochen. Ja, mit mir jetzt auch. Zum Zentralplatz heruntergehen. Hauptplatz. Oder Hauptplatz, ja. Wir kommen, Dayne. Ich muss erst mal meine Pokéballer öffnen. Pokéballer. Oh, da ist wieder ein Hintereingang. Ich gehe mal kurz da rein. Das ist Lena, wie sie alles weiblich macht. Ja. Das ist Pokéballer. Nein. Wir sind bei Twilight. Pokéballer. Ja. Oh, du Gott. Tötet mich jetzt sofort. Bist du auch in die Gasse da reingegangen? Ja. In den Hinterhof? Ja. Ich auch. Neugierig. Ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Ich verhielt keine Motten. Zwei. Ihhh. Menschliche Motten. Oh mein Gott. Das ist schon echt eklig, wie die an den Bäumen hängen. Ja. Boah. Vor allem die Mutation. Ja. Das muss doch irgendwie wehtun, wenn die sich da so dransorgen. Okay, Dale hat gerade bei mir komische Töne von sich gegeben. Und hier klingelt ein Telefon rastlos. Ja, bei mir auch. Bist du gerade wieder raus und weitergelaufen? Ja. Gut. Da ist noch eine Seitengasse. Gehst du da zuerst rein? Ja. Gut, ich auch. Seitengassen sind toll. Kann man schön was anstellen. Töten. Ja. Cool. Hab alles. Ich auch. Wer hat hier sein Telefon liegen lassen? Keine Ahnung, das nervt tierisch, gell? Ja. Boah. Ich geh wieder raus? Ja, ich bin auch schon draußen wieder am Campen. Hast du Dale gehört? Dass er geschrieben hat? Ja. Ja. Boah, gegstig, gell? Ja. Original. Okay, weiter geht's. Ich geh durch das Licht. Ich auch. Oh Gott. Es war Dale. Ach du Scheiße. Dale, was hast du gemacht? Dale, wie siehst du denn aus? Ich spreng dich um. Ich spreng dich um, weil du so hässlich bist, Junge. Oh Gott, es sind noch mehr von diesen Fischern. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Probability of victory decreased. Du bist hässlich, deswegen bring ich dich um. Bei mir ist er gerettet. Echt? Ja. Ich schwarz mache mit dem Regen auf dich. Danke. Bitte. Ja, Lena, drück doch einfach I. Inventar. Das ist sehr gut mitten im Kampf. Das war seltsam gerade. Ich muss mir jetzt mal die Vieh genauer angucken, was sie da machen. So, ich hab's auch für ein Thumbnail gesorgt. Sehr gut. Dale, stirbst du jetzt mal bitte? Oh, hi, Dale. Hab ihn gerettet, okay. Space? Space. Die Kiste hat sich gerade in seinem Kopf geöffnet. Es war eine dumme Idee, alleine hierher zu kommen. Oh ja. Aber du musst es verstehen, dass Kiris ist mein Haus. Oh. Ich wurde hierher geöffnet, weil ich es wie die Hände auf meiner Hand habe. Und es ist schmerzhaft, dass die Mantidas in den Straßen sehen. Oh. Was ist noch schlimmer, ist das, dass ein aliener Gott sie hierher gebracht hat. Okay. Erzähl mir von deinem Treffen mit dem Totengräber. Was? Das ist kein Zeitpunkt für Geschichten. Was? Hilf mir, Kiris, und ich werde dir alles, was du willst. Okay. Abgemacht. Natürlich. Sterblichen Serfen ist meine Pflicht. Meie. Meie. Ist meine Pflicht. Ach, oh. Ist meine Pflicht. Dafür habe ich keine Zeit. Zwei. Drücken wir eins oder zwei? Sind wir gereizt, oder? Hast du eins? Ich habe auf die Eins gedrückt. Gut. Hilft Dale, die restlichen Überlebenden zu finden. So, ich will mal Dale angucken. Ui. Hübscher Kerl. Ich war ja nur... Ja. Na ja, oh. Ach, cool. Ich bin auf die Bank. Ach, schön. Draußen scheint die Sonne übrigens. Hart grad. Bei uns nicht so. Okay, bist du weitergegangen? Ich bin wieder durchgegangen und suche die Überlebenden. Du kämpfst, ne? Nein, noch nicht. Bei mir sind keine. Ich lasse mal Dale alleine. Hey, wo bist du hingegangen? Bist du nicht durchgegangen? Bist du nicht durchs Blaue? Doch, ich bin durchs Blaue. Bei mir waren da Wotten. Bei mir nicht. Komisch. Try to save the others. Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Keine Ahnung. Ich bin durch so ein blaues Portal wieder gelaufen. Bist du dahin gelaufen, wo wir vorher waren? Oder bist du durch ein Tor gelaufen? Ich bin durch das Tor gelaufen. Ah, okay. Dann muss ich da vielleicht auch klappen. Dann finde ich auch noch Mott. Gibt es da noch was da hinten, wo du jetzt nur hingelaufen bist? Nein. Ah, das Tor ist offen. Ich bin einfach blind. Ich hole mir demnächst eine Brille. Alles klar. Ja, das ist ein Viecher. Ja. Wir haben Pokeballs. Pocketballs. Dann. Wie viele Viecher sind. Doch, bitte. Doch, Sue muss versuchen, sie zu verstellen. Süß. Der hat einen Lispel-Fehler und so ein lieber, äh, wie heißt der jetzt nochmal? Dale. Dale. Genau wie ich. Er hat auch einen Sprachkehler. Oh, schön. Oh. Da sind doch alle irgendwie ein Sprachfehler. Großes Fragment. Oh mein Gott. Wo bist du jetzt? Was ist denn das? Ich habe ein großes Fragment. Ich habe ein großes Fragment. Das musst du mal in meiner Aufnahme dann angucken, wenn sie draußen ist. Wie ich da rumwatschel. Das sieht so richtig lustig aus. Watschel, watschel. Oh mein Gott. Bist du schon auf der Brücke? Ja. Oh, ach du Scheiße. Das war... Da ist noch so ein Fehl. Was? I don't understand. Was versteht er denn nicht? Okay. Giftmeister. Okay. Weihandwasser. Nehme ich natürlich wieder mit. Danke. Ich bin stärker, als ich aussehe, hat er gerade gesagt. Das finde ich aber hervorragend, dass er das mittlerweile mitgekriegt hat. Unser Deng, der ist schon irgendwie ganz goldig. Tschüss, gell? So ein Putsi-Putsi-Kerlchen. Oh ja. Weih. Space, name. Okay, was steht denn hier heute? Mhm. Okay. Aha. Okay. Interessant. Oh. Na gut. Weiter, jetzt. Getötet. Ich laufe jetzt links und hole mir den Überlebenden. Äh. Lässtliche Überlebenden. Okay. Befreie das Opfer. Okay. Nehmen. Keine Ahnung. Ich war gerade noch dieser geflügelten Monster tot. Mhm. So. Stirb. 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 Oh, ich habe einen Überlebenden vergessen, glaube ich. Ich habe gerade ein großes Fragment geworfen. Alles klar. Ja, das habe ich auch geworfen. Glücklich. Was ist denn das restliche Überlebende? Space. Befreie Opfer. Ich habe einen vergessen. Das ist gut. Das ist das Kost. Äh, von der Brücke. Oh, den habe ich auch übersehen. Ups, die habe ich ja total... Ach, die Kokos. Die habe ich ja total... Oh Gott. Entschuldigung. Ich auch. Sorry. War nicht meine Absicht, euch zu vergessen. La 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 la. Meine auch nicht. Ich renne gar nicht nochmal an die Brücke, weil ich es vergessen habe. M-m-m. Nein. Niemals. Das würde ich nie tun. Ich glaube, nach der Aufnahme brauche ich noch ein energiehaltiges Getränk. Ich glaube, ich brauche heute auch noch mal ein Irgendwann. Ich habe aber noch. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Aber ich werde die Stadt nicht verlassen. Wenn du mich retten willst, dann rette diesen Ort. Okay. Kleiner Befehl. Ja. Kein Problem, ich bin göttlich. Was hast du? Wieder Vieh, Lies. Wo denn? In der Einseitengasse, da, wo wir getötet haben. Oh, da, ich sehe es. Ja. Geflügelt, der Kämpfer. Bei mir sind sie wieder tot. Na toll, bei mir noch nicht. Ich bin noch hingelaufen. Take them down. Take them down. I will do it if I can do it. Aber ich denke, wir kommen los. Oh, brennende Tonnen. Futter schön. Good boy. Irgendwie sieht das aus wie so ein Swinger-Club hier. Mit dieser Leuchtreklame. Ja. Die wollen Spaß. Hier, ein extra erotisches Schild. Können sie rein. Dale, guck mal. Können sie rausschauen. Guck mal. Dale, guck mal da. Da kannst du doch reingehen. Boah. Hast du mal in den Himmel oben geguckt? Siehst du das? Ja. Da ist so richtig grau. Da ist so ein... Nee, aber da oben ist irgendwie so eine Art Schiff. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ups. Okay, ich gehe durchs blaue Tor. Ich auch. Oh Gott. Das ist geil. Mit meinem Schwengel wieder. Ich habe keinen mehr. Oh. Irgendwie sieht das böse... Oh, ist das schön. Ja. Sieht schon ganz nice aus. Ich töte. Du tötest sie? Ich gucke sie mir an. Warte mal kurz. Ja, ich mir auch. Die greift mich aber an. Mich nicht. Bei mir macht sie gerade Dateblood. Oh, bei mir nicht. Da hatte ich noch Zeit, sie anzugucken. What the hell? Ähm. So. Einmal Heilung. Einmal Angriff. Oh Gott, Kleinvieh. Ja, ist bei mir auch gerade aufgetaucht. Oh. Mechanoiden. 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 Oh, mein Gott. Oh. Bei mir ist sie tot. Bei mir auch. Nur der Mechanoid noch nicht. Wir könnten mit Dale reden. Ich warte noch am Kampf. Ja, ich warte. So, ich habe wieder eine Phantom-Trophäe. So. Dale? Dale. Space. Ah. Jetzt. Das Beste. Das Beste. I'll go back now. And no one's gonna call me a deserter. Since I helped the Immortals. The command will overlook some things. Mhm. Jetzt erzähl mir etwas über den Totengräber. Gell? Okay. 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 Erzähl mir etwas über Nerion. Danke für deine Hilfe. Man zieht sich. Erzähl mir etwas über Laertes. Was wollen wir machen? Erst Nerion und dann Laertes? Ja, machen wir das mal. Okay. Eikind. Schnief. Schnief, schnief. Zwei? Nee, Quatsch, eins. Entschuldigung. Ja, stimmt. Jetzt eins. Ja, jetzt eins. Ja, ja. Okay. Danke für deine Hilfe. Man sieht sich, Kumpel. Ja, ciao, ciao. Okay, cool. F? Ich drück mal F? Hello, no, no, no. Ja, wir streben gar nicht nach Macht. Nein, nein. Akzeptieren. Besser wie Weihnachten. Ja, nein. Oh, Gefängnis in Fort Crick. Oh. Okay. Wir haben noch Tag des Ruhmes. Sprich mit Iana im Park und frag sie über die Kriegsspiele aus. Wollen wir das doch schnell machen? Ähm, können wir machen, ja? Also müssen wir jetzt wieder auf Space, gell? Genau. Und dann? Auf Hauptstadt, glaub ich. Turm des Wissens? Was ist Turm des Wissens? Oder ist es Arlion? Moment. Sprich mit Iana im Park und frag sie über die Kriegsspiele aus. Tja, wär schön. Warte mal, irgendwo ist doch so ein Questbuch. Wo waren das nochmal? Mist. Ach, die drei Bobbel? Quests? Äh. Überläufe? Storyline, Überläufe. Ähm. Hauptstadt. Klasse. Wir sind aber irgendwie in den Park gereist. Ja, aber ich glaub, wie ging das? Ah, guck mal. Ähm. Hier. Bei, bei, bei Sonstiges. Ähm. Sonstiges? Tage des Ruhms. Ähm. Bei Bobbel, Quest. Ähm. Sonstiges. Tag des Ruhms. Müssen wir nicht erst in, ähm, nach Arlion. Und dann von da aus, ähm, mit dem Schiff, mit dem Schiff dann zum Park. So sind wir, glaub ich, das letzte Mal. Ja, ist das der Park, der da gemeint ist? Ich glaube, ja. Ähm. Ich find's übrigens toll, dass hier steht, wo das zu finden ist, ne? An und für sich. Äh. Aber irgendwie sieht der Park hier ganz anders da auf dem Bild. An das Vieh kann ich mich gar nicht erinnern. Ich mich auch nicht. Tage des Ruhms. Ich würd jetzt einfach mal zur Hauptstadt reisen. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Ähm. Starten. Göttliches Observatorium. Ich hab jetzt nur Turm des Wissens und Kathedrale zur Auswahl. Ähm. Geh auf Arlion. Arlion, ja. Und dann Hauptstadt. Und dann Hauptstadt, genau. Und dann bist du beim göttlichen Observatorium. Ah, cool. Ich drück mal Starten. Und du? Ja. Ich bin schon drin. Ah. Oh, da sind bestimmt wieder ganz viele Menschen. Juhu. Ja, und ganz viele Obergötter. Ne, Obergötter. Will auch. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Wo bist du? Hier. Ich steh grad in einem nackten Mann. Ih, ein dicker nackter Mann. Ähm. Ähm. Ich spring. Oh. Oh. Äh. Ich hab grad Space gedrückt und irgendwas gemacht. Ich kauf das Paket des... ...der Schnelle und der Tödliche. Das will ich gar nicht. Abbrechen. Ja. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, hier ist ein Fetter. Hier, wo ich hüpfe. Ich. Ich. Das sieht gar nicht komisch aus. Die denken sich wahrscheinlich nicht. What the fuck. Ich hüpfe. Wo bist du denn gelandet? Hier. Bibi? Ja. Wo hüpfst du denn? Ich stämme mich mal ein bisschen. Bibi. Hier. Bibi. Bibi. Hier sieht's ganz anders da aus wie normalerweise. Was ist denn hier los? Ich geh mal in die Mitte zu der Kugel. Das sind weniger Leute. Kommen wir da auch mal hin. Hä? Kann es sein, dass wir wieder in ein Team müssen, damit wir uns sehen? Ich glaube ja. Kannst du nicht so wissen? Hä, du bist hier gar nicht. Siehst du mich? Nein. Ich bin in der Mitte. Ja, auch. Äh, okay. Warte. Oh, nee, da wollte ich gar nicht hin. Warte mal. Ähm. Äh, 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 äh. Hier sind überall Mechanoiden. Wär ich doch. Bei mir auch. Escape. Dann gehen wir mal da hin. 12. Äh. Die muss wie und ins Team einladen. Akzeptieren. Team. Du bist gar nicht hier. Wollen wir uns, wollen wir uns mal im Park treffen? Ich seh' dich irgendwie auch nicht. Also du bist jetzt auch da, wo die blaue Kugel ist, ne? Ja, da war ich. Ja, da war ich. F2. Ich seh' dich aber nicht. Ich dich auch nicht. Ich reise jetzt mal zum Park. Ja, ich geh' mir auch mal zum Shuttle-Terminal. Ja. Vielleicht sehen wir uns im Park. Forschungstern zum Park. Verwenden Park. Epischer Ausflug. Ja. Irgendwie ist hier auch gar voll die epische Musik. Ja. Du bist so richtig göttlich. Du kannst dich selbst als Ziel auswählen, indem du F1 drückst. F1 drückst. Äh. Was geht hier ab? Lena! 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 Ja! Lena! Warum haben wir uns grad nicht gesehen? Gott, was ist denn hier los? Guck dir das mal an. Das ist richtig strange. Boah. Vielleicht ist das eine ganz große Feier. Guck dir das mal an hier. Dieses Riesenschiff. Und da hinten, Feuerwerk! Oh Gott. Feuerwerk! Feuerwerk! Ich komm neben dich. Und da hinten. Du musst uns nebeneinander stellen. Und jetzt laufe ich in die Richtung. Und dann kann ich nämlich so... Guck mal neben mich. Oh, ist das schön. Awesome. Episch. Episch. Richtig schön. Guck mal da hinten hin. Da lang. Da kommen Fontänen aus der Wand. Was ist denn hier los, sag mal. Ähm. Aber richtig schön. Guck mal hier, diese Viecher. Die sehen auch richtig toll aus. Ja. Was geht? Ja, guck mal wie viele Raumschiffe da unterwegs sind. Vielleicht ist es eine Feier des Triumphes. Ja, für uns da. Ja. Aber was feiern... Boah. Wo sind die ganzen Menschen, die da jubeln? Boah, das sieht schon cool aus. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Damit wir das Ganze auch hier spannend halten. Oh, ist das schön hier. Ja. Guck dir mal das an. Was? Wo? Was hier? Hier oben. Oben. Ja. Boah. Es sieht aus, als würde da irgendwie Gold runterkommen. Ja, voll schön. Ah. Oh, Gold. Ich bade in Gold. Oh, voll schön. Ja. Wunderschön. Vielleicht laufe ich in die Richtung, und dann laufe ich so, und dann sehe ich. Voll cool. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.